halli hallo meine lieben und herzlich willkommen zur heutigen transport fifa informations folge ich habe mich hingesetzt und habe jetzt mal eure ganzen kommentare aus der letzten woche einfach mal ausgewertet es waren wahnsinnig viele ideen dabei also es waren wirklich so viele ideen dabei mit denen hätte ich gar nicht gerechnet ich habe viele ideen gelesen wo ich gedacht habe das hätte ich doch das hätte ich doch auf die idee hätte ich doch auch kommen müssen ihr habt so geile kommentare so coole kreative ideen gebracht zu transport fieber aber auch abseits von transport fieber so jetzt ist der stand der dinge so viele wollten dass wir nicht aufhören viele wollten haben wir gesagt ja zwerge du verstehe ich schon wenn das spiel halt einfach irgendwann ein ende findet weil einfach die performance nicht passt ist es okay es okay aber ja verabschiede dich nicht zu früh mein lieber und da muss ich ganz ehrlich sagen da sehe ich da bin ich voll und ganz bei euch ich habe mich jetzt für folgende variante entschieden nachdem ich alles gelesen habe und mir gedacht habe okay es gab die bestrebung die habe ich ja auch im video schon gesagt gehabt dass wir uns hinsetzen und sagen okay wir warten auf einen patch der patch oder dlc oder whatever da auch immer kommt ja auf das warten wir sobald das kommt starten wir eine neue staffel ja und das wird auch so gemacht wir werden allerdings nicht untätig bleiben denn es kommen ganz viele andere sachen die ich jetzt im nachfolgeprojekt nehmen möchte und zwar jetzt als transport fieber ersatz in dem slot wird es jetzt erst mal vielleicht also vielleicht wird es ab zu dem streaming donnerstag auch noch ein streaming dienstag jetzt geben weil das der aufnahme slot für mich für transport fieber war ich habe pro tag immer ein slot zur erklärung meistens ist montag empirium together aufnahme dienstag war immer transport fieber mittwoch war city skylines donnerstag stream und freitag neues angezockt projekt eventuell wird dienstag jetzt ein stream kommen das ist aber nicht sicher das muss ich immer spontan machen weil ich ja auch ganz gerne noch ein paar andere angezockt bringen würde soweit so scheine meine lieben das heißt wir werden jetzt folgendes tun wir werden transport fieber in der staffel beenden und zwar jetzt ist jetzt schon ich habe spiel ich habe 34 aufnahme sessions gehabt um jetzt den lp oder das lp soweit zu bringen das seht ihr an dem spiecher speicher stand hier so sei jetzt aber nur mal ist nice to know jetzt ist es so wie wir pausieren transport fieber und beenden es in dieser staffel und werden es sobald irgendetwas neues kommt wieder aufgreifen das spricht das heißt wenn jetzt die entwickler sagen okay wir haben einen neuen dlc wir haben ein performance update der so mega geil ist das müsst ihr euch reinziehen wir haben ein weißer geier was da auch immer kommt ja dann werden wir in eine neue staffel reingehen vorübergehend schauen wir uns aber jetzt ganz ganz viele tolle andere projekte an eventuell wird der dienstag auch dann für ein neues projekt wie jetzt den ls 17 den ets oder weißer geier was nicht alles da noch im raum steht hergenommen und wird dann da erst mal als ausweich projekt laufen gucken wir mal wie gesagt im augenblick erst mal hier ein ende und wer weiß wann die nächste staffel beginnt ich freue mich auf jeden fall dass so so viele über so unglaublich viele folgen jetzt mit dabei waren wir haben so viele folgen wieder gemacht ich hätte mir gar nicht träumen lassen dass das spiel noch mal so viel her gibt nachdem es ja eigentlich nicht viel unterschied zu train fever ist habe ich ein bisschen angst gehabt dass der content nicht reicht hat er doch auf jeden fall für über über 250 folgen fast 300 meine lieben und das ist eine sache die finde ich persönlich wahnsinnig geil und freut mich auch unglaublich und ich danke jedem jedem einzelnen von euch ganz ganz von herzen für die unzähligen stunden die mit mir dieses spiel verbracht habt ich danke euch unglaublich für all die kommentare für all die kritik auch ja auch dafür möchte ich mich bedanken denn dann viele sachen habe ich in der in dem moment wo ich es aufgenommen habe gar nicht gedacht aber ihr habt die zeit gehabt euch gedanken zu machen und die hinzuschreiben und ich konnte umsetzen und das bedeutet mir wirklich wahnsinnig viel und genauso will ich diesen kanal auch haben und ich freue mich dass es hier bei uns in der community so ist und deswegen sei nicht traurig das wird nicht das ende von transport fever sein aber eine kurze pause damit wir wie gesagt auch andere projekte mal würdigen können und ich hoffe und ich bitte euch an der stelle auch gleichermaßen dass ihr egal was da kommt mit genau der gleichen leidenschaft verfolgt denn davon lebt dieser kanal hier von eurer leidenschaft von deiner leidenschaft da draußen mit kommentaren mit anregungen mit neuen ideen und sachen an die ich nicht gedacht habe an sachen die ich vergessen habe sachen die ich vielleicht die mir gar nicht eingefallen werden und genau darum sage ich dankeschön euch allen und ein letztes mal in dieser staffel wünsche ich euch eine wunderschöne zeit lasst euch gut gehen habt einen grandiosen morgen mittag oder auch abend egal wo ihr seid ist völlig wurscht lasst euch einfach verdammt nochmal richtig gut gehen und ich freue mich auf die nächste staffel wann weiß ich noch nicht aber ihr fahrt bis dahin habt eine tolle zeit euer zwerg tschüss ich bin für heute mal raus tschüss 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 tschüss